hallöchen und guten abend so ich mach mir jetzt mal lecker t-shirt fertig und dann können wir gleich nochmal für mal eine abend session man sollte das mal abend gesehen haben fragen anregungen stille männer oder so ein 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 nein ein 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 Nee, du gehst jetzt in der Koje, mein Freund, krieg ich dann noch wenigstens in die Trüschlacht? Nee, komm hier rum. Und denn? Warum nicht? Achie, achie, achie! Achie, achie, achie! Die Nachdenken? Die Nachdenken? Die Nachdenken? Die Nachdenken? Putnam, boi! Wah! Du bist! Ja! Ahh! Shake shake shake! Shake shake shake! Shake a booty! M trekmf! Die makes a dick! You see dick! Stimmung, Bruder! Oh, das geht einem an. Das ist doch gar kein Fichtentrottel. Oh mein Gott! Oh Gott! So, die Kölsch läuft. Lüft! Die Menschen haben wir auch dafür, joh! Ich habe keine Haare, wo wir noch nicht zu tun haben, da! Ah! Was soll das denn machen? Denne, ab und weg! Ach so, danke! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Wir warten auf Kohle, Kohle, Kohle! Das können wir euch schon mal! Gucken! Ah! So! Oh! Oh! Oh, ich habe es! Ich weiß, ich habe es, ich habe es, ich kann es dir. Ah! ab ins Bett ja, Licht dahin Licht da vorne auf die Kiste und ich reparier das Baum hier vorne auf die Kiste ich guck mal, wie ich das mache so, gucken wir mal, ob die Euphemie vielleicht da hinten ist die irgendwo rum zu ja, die haben wir auch, hat der Papa da hingestellt äh, Angel? oh, really? so guck einmal ja aber nicht so lange du sollst in eine Koje, mein Freund oh, das ist so sinnvoll ja, das ist jetzt und jetzt gehst du ins Bett Kinder oh oh ah, das ist so oh oh, ich kann mal ah 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 ja, oh oh, alle oh, alle oh, alle oh, Leute in dem einen in dem einen ist ein L drin in dem anderen ein Rrrrrr in dem einen ist ein L drin links und rechts oh, okay oh, okay mal einmal hinten habe ich da noch eins gesehen da ist da, wo der Daumen rechts ist da ist ja, mein Sohn ja, mein Sohn ja, kleinen Moment okay oh, okay oh, okay oh 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 vor. Ist doch zu verstehen, oder? Also wenn ich einen meinen, der Verständnis haben muss, dann bist du dann wohl, oder? Ach so, entschuldige. Aber du meinst jetzt gerade eben, oder? Dann glaube ich dir irgendwie nicht. Das war einer der wenigen, die wahrscheinlich schon E-Vos Spring-Service genutzt haben. Schön in Kalle fahren lassen, weißt du? Wo damit er nicht in die Stadt muss. Da rennt er am Strand. Rennend am Strand, aber nicht nackelnd. Wusstest du nicht, dass E-Vos Spring-Service hat zurzeit? Wolltest du die Telefonnummer für WhatsApp haben? Hallo, Lanux. Und, okay. Endlich erwischt er mich mal. Kann ja nix Gutes heißen. Endlich erwische ich dich mal. Jetzt geh mit aufs Maul. Das, was du machst, das ist so eine Scheiße. Lass es lieber, bevor ich irgendwas mache. Was haben wir hier? Wir haben hier Motten. Brauchen wir gerade nicht. Wir können den Giroid mal fragen, was los ist hier mit der Brücke jetzt. Ja. 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 Ja, dann mach doch. Holzkopf. Bau kann beginnen. Toll. Dann sagt er jetzt zu meinem Godzilla. Godzilla. Ja. 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 Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wann ich dich mal besuche. Sag mal so. Guck mal, meine Ginny macht gerade Yoga. Jetzt kriege ich echt morgen einen Hamster. Aber leider ist halt ein Miese-Peter. Das kotzt mich ein bisschen an. Hamster wäre gut. Hamster ist super. Aber Miese-Peter ist echt kacke. Was hat der Morpheus denn? Ah, ein Geschenk hat er. Oh. Eine Maske, Brille, eine Acht-Eck-Brille. Ja, komm. Dann haben wir ja wenigstens mal hier. Bin ich fucking Harry Potter oder was? Äh. Nein, du hast ihn öfter als andere. Okay. Versuchen ist kein Problem. Mach auf für jeden und schreib mir deinen Dodo-Code rein. Ich glaube, jetzt habe ich mal Zeit für sowas. Boah, das geht gar nicht. Die Maske, äh, die... Da bin ich mit meiner Augenklappe wesentlich. Hallo, Kühl. Oder QL. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Äh, 301. Freundescode geht auch, klar. Moment, äh, so. Nee, nicht so. Äh, so. Da oben steht er drin. Ja, aber gleich, ich wollte jetzt jemand anderen gerade erstmal besuchen. Sie ist ja in guten Planung. Da ganz oben, die SW ist ja der Freundschaftscode. Ich dachte mir, so als Kommentar reinschreiben ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Da muss man den Mann nicht immer so lange suchen. Dann geht's ja der Freundschaft. Dann gibt es ja bei uns. Da wo man die äh, so geht's. Eher, so geht's geht's. Da ist ja bei uns. So geht's. Vielen Dank. Sooo... Sack. Und natürlich, Kühl. Kannst du gerne machen, mich, Anne. Kein Thema. Oh, 161? Das ist nicht viel. Aber so langsam wird halt kritisch. Ja, kleinen Moment. Ja, kleinen Moment. Entschuldigung. So, ich möchte fliegen. Jemanden besuchen, natürlich. Ich möchte ein Onlinespiel nutzen. Ja, Freundesliste, bitte. Quon stimmt, Lanux? Alles klar. Abflug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich frage mich, was alle für Probleme haben zur Zeit immer mit ihren Online-Verbindungen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo anders hinfliege, habe ich kein Problem. Weiß ich nicht. Entweder habe ich eine spitzen Internet-Verbindung oder... ...keine Ahnung. Zum Lanux. Auf eine andere Insel. Ja, deine Insel sieht auf jeden Fall schon wesentlich aufgeräumter aus als meine. Da bin ich, da. Ja.